Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Klug, klug, und heute stehen wir eine Runde Podcast. Ich möchte heute mal Poco testen, wie er so im Solo-Showdown ist. Starten wir direkt mal rein. Meine Erfahrung mit Poco ist eigentlich ganz gut. Vor daher, ich glaube, das kann nicht werden. Eine gute Taktik ist, zwar ist das nicht so gut für euch, aber ihr könnt richtig gut kämpfen. Bei Daniel kommt der schnellere Befehl. Oh, das ist ja ein Witz. Das ist so schlecht, Mann. Da hat er mich verspult. Oh, da liegt ein Jam. Eine Ulti habe ich schon mal. Oh, 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 oh. Not cool! I was coloring... Oh, 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 oh! Not cool! I'll aussi Fire in the building. Das war's. Ah, das war's. Das war's. Das war's für heute. Das ist ein Lied, Leute. Also ich finde praktisch einer meiner besten Spieler. Penny finde ich auch ganz nice. Ich würde sagen, dass das mit meinem ersten Video auf meinem Kanal wird. Ich würde mich sehr gerne über ein Like freuen und ich würde sagen, bis dann.